Die hierzu erwerbende renovierungsbedürftige Ein-Einhalbzimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Berlin-Tiergarten. Die Wohnung wurde 1985 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Erdgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf ca. 110.900 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020